Hautnah wird Ihnen präsentiert von PURE. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Aßberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee. Hallo und herzlich Willkommen zu Hautnahzählt und wir starten direkt in den heißen Februar. Denn für die Ludwigsburger MAP-Ries fängt die Crunch-Time eigentlich schon jetzt an. In der Champions League Elimination-Round wurde ja letzte Woche ausgelost, das Geges gegen Maccabi-Rande-Media um den Einzug ins Achtelfinale. Mitte Februar steht ja dann das Top-Vorfinale in Berlin an. Und auch in der Bundesliga geht es jetzt darum, sich in den Playoff-Plätzen festzusetzen. Den Anfang machte noch im Januar das Spiel gegen Bayreuth. Das ist ja wohl so das Überraschungsteam in der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga. Und wie das Spiel ausgegangen ist, die Stimmen zu dem Spiel und was sonst noch rund um die Ludwigsburger MAP-Riesen alles passiert ist in dieser Woche, das fassen wir jetzt für Sie zusammen. Das Spiel gegen Bayreuth, es war auch ein Wiedersehen mit David Gonsalves, der erst vor wenigen Wochen von Ludwigsburg nach Franken gewechselt ist. Vor dem Spiel wurde da noch auf die lebensrettende Herzdruckmassage hingewiesen. Die MAP-Riesen und die Volksbank Ludwigsburg unterstützen die Aktion des Landes Baden-Württemberg. 100 Schüler aus der Region wurden noch dazu mit gelben Shirts ausgestattet zum Spiel gegen Bayreuth eingeladen. Und auch David McRae engagiert sich für die Initiative Löwen retten Leben. Dabei können wir alle helfen, diese Überlebenschance zu verdreifachen und zwar mit einer ganz einfachen Herzdruckmassage. Merkt euch diese goldene Regel. Prüfen, rufen, drücken. Und ganz wichtig, keine Angst. Ihr könnt nichts falsch machen. Lieber eine gebrochene Rippe als ein verlorenes Menschenleben. Ihr habt es in der Hand. Zum Spiel gegen das Überraschungsteam der aktuellen Saison Medi-Bayreuth. Nach zwei krankheitsbedingt verpassten Spielen stand schon Patrick wieder an der Seitenlinie. Er sah einen starken Beginn seines Teams. 23 zu 19 ging das erste Viertel an die Riesen. Doch dann der Kompletteinbruch in Viertel 2, das Bayreuth mit sage und schreibe 23 zu 5 für sich entschied. Das war einfach gar nichts. Wir sind in der Offensive ganz schön ins Schwimmen gekommen und haben auch defensiv stark nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber stark zurückgekämpft. Daran müssen wir jetzt anknüpfen, dann sieht es in den kommenden Spielen ganz gut aus. Erstaunlich, dass ein Team wie die MHP-Riesen in so einer fortgeschrittenen Saisonphase noch so zusammenbrechen kann. Also das ist eine neue Mannschaft. Besonders Inside. Wir haben gesehen, wir sind sehr leunig. Der zweite Viertel war total blank von dem, was wir Inside kriegen. Und wir müssen uns noch gewöhnen. Wir sind gewohnt zu John Brockman, der immer 110 Prozent Energie und Konzentration hatte. Und jetzt müssen wir schnell reagieren, wenn wir merken, ob der eine oder andere nicht da ist. Wir haben unsere zweite Auszeit schnell genutzt und dann nachher war es nicht besser. Im dritten Viertel, wir hatten eine Halbzeitpause. Im dritten Viertel haben wir wesentlich besser gespielt und sogar die Führung genommen. Die zweite Hälfte macht dagegen wieder Mut. Die Riesen kämpften sich zurück, führten sogar bis zwei Minuten vor Schluss, bis Steve Wachalski einen wichtigen Dreier versenkte. Bayreuth gewinnt mit 79 zu 76 und fügt Ludwigsburg die zehnte Niederlage im 18. Spiel zu. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Es waren aber auch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen uns dabei. Aber wir schauen jetzt nach vorne und versuchen als Team zu reifen. Damit starten die Riesen jetzt in den heißen Februar. Jetzt zählt es, jetzt können Viertel wie das zweite gegen Bayreuth über das Aus im Top vor und der Champions League entscheiden. Druck ist ein Teil des Sports. Wir haben 14 Champions League Spiele gespielt. Das war unser 18. League Spiel. Wir haben ein Pokal-Quali-Spiel gespielt. Jetzt müssen wir für diese Top-Games gewohnt sein. Ich glaube, auch wenn wir heute verloren haben, hat es uns ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass wir gegen eine gute Mannschaft zurückkämpfen können. In der Champions League geht es. In der Elimination-Round für die Riesen gegen Maccabi rannt Media aus Réjean-Lézion in Israel. Die Riesen müssen am 7. oder 8. Februar erstmal auswärts ran. Also viele bekannte Spieler in Réjean-Lézion. Drei Leute, die in der Bundesliga gespielt haben. Sehr athletische Mannschaft, sehr stark inside. Das ist eine super Chance für uns. Wir sind froh, dass wir nach Israel gehen dürfen, statt irgendwo ein bisschen kalter. Und dann, wenn wir das schaffen, haben wir auch eine Mannschaft in Litauen, wo wir auch, was wir denken, machbar ist. Ja, und am 18. und 19. Februar steht in Berlin ja noch das Top-Vorfinale um den Pokal an. Für die Fanreise nach Berlin stellt Hauptsponsor MHP zwei kostenlose Busse zur Verfügung. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage der MHP-Riesen. Freuen durften sich die Fans übrigens bereits zum dritten Mal in dieser Saison über 5000 Euro der süddeutschen Immobilienwerte AG. Denn Maskottchen Lurchi hat auch gegen Bayreuth den Fanshot von der Mittellinie versenkt. Haudner 10 geht in eine ganz kurze Pause. Dann sind wir zurück mit unserem Haudner-Spieler der Woche, die Nummer 33, Chad Toppert. Er sieht aus wie ein Deutscher von eben an. Es könnte auch Heinz Müller sein. Ist aber, wie gesagt, Chad Toppert. Er hat den amerikanischen und den deutschen Pass. Und was da dahinter steckt, das erfahren wir gleich nach der Werbung. I started basketball at a very young age, mainly because my entire family played basketball at a high level. Unterstützen Sie die MHP Riesen Ludwigsburg Basketball der Spitzenklasse am 11. Februar um 20.30 Uhr in der MHP Arena Ludwigsburg. Herzlich Willkommen zurück bei Haudner. Und jetzt geht es weiter mit dem Haudner-Spieler der Woche. Und das ist heute, wie versprochen, Chad Toppert. Chad Lee Toppert, 1985 in New Mexico geboren, seit Sommer Shooting Forward bei den MHP Riesen. Davor hat der 1,98 Meter große Dreier-Spezialist schon in Spanien, den Artland Dragons und bei Bayern München gespielt. In Ludwigsburg gefällt es ihm aber natürlich am besten. Ich freue mich jetzt wirklich in Ludwigsburg. Es ist eine sehr schöne Stadt. Es ist wirklich familie-freundlich. Es ist viel zu tun für meine Daughter und meine Weine. Ich freue mich wirklich hier in Ludwigsburg. Von 2015 bis 2016 spielte er bei den Reno Bighorns, wo auch schon die beiden Riesenlegenden Kobe Carl und Michael Stockton aktiv waren. Ich habe gegen Kobe Carl in der BBL gespielt und ich habe ihn in viele Pläne gespielt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Als ich in Reno war, war er mit den Westchester Knicks mit Coaching. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Er hatte positive Dinge zu sagen. Ich habe mit David Stockton in Reno, Michael Stockton's Bruder. Er hat mir auch über seine Bruder-Erfahrung gesprochen. Tobbert, dessen Vorfahren aus Rostock in die Staaten ausgewandert sind, hat deutsches Blut in den Adern und den deutschen Pass in der Brieftasche. Mit der Sprache harbert es dagegen noch. Ich muss definitiv anfangen, zu lernen, weil es wirklich nicht so gut ist. Ich denke, meine 2-jährige Daughter, könnte ein bisschen mehr Deutsch zu wissen, als ich mache. Und dann gibt es ja noch die Posse um seinen Namen. Töpper, Topper oder doch Topper? Es war eigentlich Topper, ohne Tee. Und dann, als sie in den USA emigrierten, wurde der Tee in den USA geändert. Ich habe es in den USA geändert, nur weil sie ein paar Besonderheiten hatten, und dann hat der Tee in den USA gehalten. Und jetzt, mein deutsches Passport sagt Toppert mit dem Tee, um das zu machen, um es einfacher zu machen. Bei den Riesen zeichnet sich Toppert als Distanzschütze aus. Gegen Bremerhaven überzeugte er mit 6 Dreiern. Im Team von John Patrick ist er ein Veteran, der seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergibt. Mit Chad Toppert geht es für die Riesen jetzt in die Crunch-Time. Mit Hilfe seiner Erfahrung und seiner Dreier gilt es jetzt die Ziele. Das war es leider auch schon wieder von hautnah erzählen. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wie immer gibt es jetzt noch den Blick auf die aktuellen Spiele, auf die Tabelle und natürlich auf die Termine der Ludwigsburger MAP-Riesen. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020